Ich weiß ja nicht, was gerade los ist, aber seit dem Patch habe ich Probleme, das Spiel zu starten. Dann bin ich irgendwie automatisch in die Lobby gekommen. Und was ist, wir starten mit 18 Leuten auf der Map. Ich bin total verwirrt. Was soll da draus werden? Nein, wir können die ganze absolute Map, wir können die ganze Map looten, äh, äh, looten, looten. Ah, ich hab keinen Platz mehr. Ich geh mal zu der Halle hier. Äh, da sollte keiner sein. Also es sind nur 14 Leute, weil sie, wisst ihr wie strange das ist? Das geht doch gar nicht. Gibt ja alles. Brauchen Waffen. Äh, nee, Muni brauche ich. Und jetzt so, ja, äh, ja, irgendwie, wenn jetzt nicht genug reinkommen, dann startet die, glaube ich, jetzt einfach mal. Oder ist die Anzeige falsch? 13 Leute noch. Da ist die Halle ja schon sehr, sehr, sehr strange. Und ich musste meinen Reshade deinstallieren. Oder löschen. Weil dann würde das ganze Spiel nicht, wollte ich nicht starten. Ist mir jetzt noch nicht bekannt, dass das irgendwie verboten ist oder so. Da steht sogar ein Badomond. Nice. Und Rucksack. Rucksack. Bitte, bitte, bitte. Ja, nice, danke schön. Ich kann den ganzen ganzen Schill looten. Das ist ganz, das ist strange. Oh mein Gott. Alter, wie viel Erste-Hilfe-Dinger ich gefunden habe. Eine Weste. Das ist so, nicht nur nichts. So. Nein, jetzt habe ich die. Den Laden noch. Da war zwei von denen. Und da ist noch ein Helm. Zwei. Ist ja episch, würde ich sagen. Wenn ich jetzt noch ein Polo. Nein, na, 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 na. Dein Ernst? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich habe jetzt mein Fahrzeug geklaut, oder was? Aber er muss auch bleiben, oder nicht? Lauf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.